Herzlich Willkommen bei Daily Miri. In den Fettspiel-News dreht sich heute alles rund um das Game of the Day mit dem Namen Rogue Soul 2. Und ihr erfahrt, welche Let's Play Videos auf unserem YouTube-Kanal auf euch warten. In den Top-News stelle ich euch das neue Social-Media-Netzwerk Ello ein bisschen genauer vor. Zu den Fettspiel-News. In dem Spiel des Tages Rogue Soul 2 lasst ihr die Schurkenseele in euch heraus und werdet zum Plünderer. Raubt Goldmünzen, killt eure Gegner mit Hilfe eines gekonnten Messerwurfs und befreit die Gefangenen auf eurem Beutezug. Überwindet Hindernisse und nutzt die Pilze als Sprungbrett, um euch in luftige Höhlen zu katapultieren. Mit Hilfe der eingesammelten Münzen können neue Kampffähigkeiten und Upgrades im Shop gekauft werden. Oder ihr besorgt euch auf dem Schwarzmarkt illegale Hilfsmittel. Den Link findet ihr wie immer in der Videobeschreibung. Auf unserem YouTube-Kanal steht bereits die nächste Minecraft-Folge in den Startlöchern. Der Titel, Fred come to bed. Außerdem können sich alle MovieStarPlanet-Fans auf das 48. Let's Play namens Ein Let's Play for Fred freuen. Nun zu den Top-News. Ello, a simple, beautiful and ad-free social network. Das ist das neue soziale Netzwerk, das komplett anders als Facebook sein möchte. Daher keine Daten sammelt und natürlich auch keine weiterverkauft. Besonders cool soll es sein. Das zeigt beispielsweise die Hilfsfunktion mit dem Namen WTF. Diese Abkürzung steht bekanntermaßen für WTF. Pro Stunde bewerben sich mehr als 30.000 User um eine Mitgliedschaft. Bei frustrierten Facebook-Usern könnte das Netzwerk einen Hype auslösen. Doch ob Ello gegen den Social-Media-Gigant Facebook inklusive seiner über einer Milliarde Nutzer ankommen wird, bleibt offen. Schaut doch auch mal auf Twitter vorbei, wo ihr weitere aufregende News findet, die ich mit meinem Hashtag DailyMiri versehen habe. Tweet Daily, tweet Miri, eure Daily Miri. Dönlich, warte! Dönlich, warte! Dönlich, warte! Dönlich, warte! Vielen Dank.